ja willkommen zum zweiten teil des pack openings ich bin jetzt auf die zombie seite gelaufen weil ich ja in der letzten folge getrennt wurde wir werden es auf jeden fall diese folge anders machen ich werde einfach 250.000 münzen ausgeben kurz kurz wieder rausgehen und wieder reingehen weil da kann ich mich mal kurz bewegen und dann ist alles wieder schick ich weiß nicht warum pop cap das so angedacht hat weil es ist ziemlich dämlich ist nicht schlimm macht nichts wir machen weiter hier wir haben 630.000 münzen die werden wir noch ausgeben also legen wir los mit dem ersten päckchen im zweiten teil was kriegen wir jetzt wütender roboter gucker für den normalen oder für den für die fußball daten sehr cool eine geste hörst du das für die super brains sehr cool bunte schmelzer für den dochter giftig sehr sehr gut ehrgeiziger kohl ehrgeizige kauleiße das ist cool das sieht man nice aus junge ich hoffe dazu gibt es auch noch eine passende eine passende brille und einen passenden helm dazu wenn ja ist das richtig geiles design auf jeden fall schweizer brille schweizer brille schweizer brille schweizer brille ich habe tatsächlich das z überset überlesen schweizer brille ja wie geil ist denn das ja alles das denn anstatt schweizer brille mit scharfem s zu schreiben schreiben die echt mit setzten schweizer brille gegen zombie halt auch doppeldeutig ziemlich cool alles klar so düngerpäckchen weil ich werde in der letzten also im ersten war ich ja da stehen geblieben habe ich ja mal abwechslung gekauft werden wir jetzt weiter machen den dreher eine geste für die colonel corns sehr gut kristall sich das ist mal geil das sieht das sieht sehr nett aus das gefällt mir für die rose das sieht geil aus auf jeden fall ja neonschild für die kaktiere braucht jede kaktiere von welt so neonschilder das ist natürlich sehr nice sehr cool eingeschleimt das sieht aus dass er mich irgendjemand eingeschleimt hätte und ein anderer schnapper auch cool der mais shutter yo 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 voll dir voll der hipster junge voll der hipster junge mit der brille ziemlich geil krautholzschild und kraut gekriegt sehr gut sehr gut sehr gut wundersames pack voller großartiger dinge kaufen wir es was kriegen wir leuchtende ring ding in silber habe ich natürlich auch schon gehabt nur in normal jetzt habe ich auch in silber finde ich sehr gut danke pop gibt dass es extra so angelegt wird dass du erst mal items christ und dann verarscht man dich und kriegt alles du kriegst alles noch mein silber finde ich sehr gut das ist sehr nett auf jeden fall wirbelnde salut kriegen wir für den für die fußsalaten eine geste blattschild sehr gut für die pflanzen hier und nochmal den raketenroboter für die soms sehr gut zwei farblichen silber natürlich natürlich muss sein muss sein alles klar der tunnelblick den kriegen wir gleich in silber noch würde ich tippen der tunnelblick für die wissenschaftler für die ingenieure sehr sehr gut und was haben wir noch hier sicherheit geht vor für die imps ein sehr cooler helm finde ich auf jeden fall so wir gehen noch ein paar extraordinäre päckchen kaufen weil die so preiswert sind und aber auch gut was rauskriegt was habe ich gesagt mal hier das karo taxi sehr cool für den für den motocross da sehr cool blasenblasen beschwörer das wäre cool das wäre geil wenn du blasen machen könntest während du mit der rose rumläuft das wäre lustig das finde das würde ich feiern wahrscheinlich ist es nicht so ob ich würde feiern auf jeden fall sehr gut wegen der zombies mal fünf das ist sehr gut ich liebe es wenn ich mal fünf kriege leider nur an 100 pilz aber ist nicht so schlimm macht nichts und tag der zombies auch nicht schlecht und die knall fahren wir noch gericht für die sonnenblumen ja sehr gut so bewegen uns mal wenn wir nicht ausgeschmissen werden muss ja nicht sein so werden auch ex ordinäres päckchen also eine minuten ausgeben ist ganz schön anstrengend muss ich zugeben hätte ich nicht gedacht was haben wir hier für den rugby star kriegen wir den z stachel auch sehr gut wieder waffen design das gefällt mir auf jeden fall waffendesigns immer her damit fischhörner silber für die kaktiere die hatte ich allerdings auch nicht muss ich zugeben naja ein platt fisch für den alter wie kommt man auf sich den fisch einfach ins gesicht zu schmeißen naja wieder eines von den dingen was mir nicht so gut gefällt werde ich wahrscheinlich auch nie ansetzen weil mir sowas irgendwie nicht gefällt so irgendwas wo die augen zu sind naja schallwellen für die fußsoldaten natürlich war es auch die fußsoldaten ist klar sehr gut hinterhalt bot und packt schäum allein sehr gut gefällt mir noch ein ex ordinäres päckchen boah wir haben noch 480.000 münzen leckt mich am schlüssel fuchsia streifen für den normalen allstar sehr cool leuchtstabkragen für die kernel corns ja auch nicht schlecht stinkpilz immer gut einmal zombies immer her damit handschlag papap zwei handschläge in die fresse bei dem bei dem normalen imd auch nicht schlecht ja und natürlich organische weisheit in silber die hatte ich ja zurück nur schon in normal jetzt habe ich auch in silber finde ich sehr gut auf jeden fall so ja gehen wir noch eins holen die sind ja so preiswert die päckchen die lohnen sich finde ich auch richtig wird die lohnen sich richtig die dinger ah guck mal hier da haben wir mal was neues nämlich den hypnosepilz der hat mich noch bis jetzt noch nicht ich weiß gar nicht was macht der so wirklich was der so wirklich macht der hypnopilz muss ich mal austesten was haben wir denn hier reise garnelen für den shrimp im sehr cool ja okay nicht schlecht rote streifen für den park ranger und hier cool endlich mal neuen umhang finde für eine rose davon habe ich nämlich bis jetzt so wenig gab es glaube ich jetzt einen einzigen einen einzigen umhang das finde ich nämlich sehr sehr schade aber cool und colonel citron auch cool das ist quasi der bad den ich ja selber trage wer meine videos sieht weiß dass ich so ein bad selber habe und total sam ja sehr gut alles klar und noch ein ex ordinäres päckchen immer her mit dem zeug immer her damit ach dieser helm ich habe ihn schon gesehen erst mal den tennis profi für den golf star habe mich ja wieso wir dann quasi tennis zeug da kriegen wenn es für den golf star ist okay geknüpft geknüpft das sieht cool aus das ist mal dass jetzt noch dass das sieht gar nicht mal schlecht aus für die für die jetzt ziemlich cool der geldbart für die fußradaten sehr sehr nice mr freeze mal drei das ist sehr gut was haben wir hier da paket mit federn das habe ich schon sehr oft gesehen den helm den habe ich sehr häufig schon gesehen deshalb ist auch häufig ja ja den haben sehr viele rosen haben den der ist auch echt auch ganz cool und mg erbse sehr schön so gehen wir uns mal wieder ein paar andere päckchen holen mal was für zombies weil da so ein großes päckchen hier hoffen wir dass wir vielleicht einen legendären gegenstand kriegen leider nichts aber was für den rugby star sagen wir hier rotkirsch flipper für den rugby star sehr gut und hier goldenes set für den torwart star für den torwart star richtig der erste das ist ja der torwart star der andere wäre dann der hockey star stimmt der stinkhatschwerfer ist ja der hockey star stimmt stimmt fandekuchenbrille in gold gut dass ich die in silber und normal habe jetzt habe ich sie auch in gold finde ich sehr gut was haben wir hier buschige augenbrauen für den im sieht einfach sehr cool aus nicht schlecht planeten gesicht in silber finde ich sehr gut habe ich jetzt auch endlich in silber habe ich nämlich normal und in silber jetzt bin ich sehr gut und den eimer zombie sehr sehr schön so dann wieder ein pflanzen päckchen holen draht 79.000 münzen haben wir noch wir haben fast geschafft hier die hälfte oh cool die sombrero surprise für den zitron sehr cool was ist das denn hier schnapposaurus das ist ja mal ein geiles design alter das gefällt mir cool so wie so dinosaurier hoffentlich gibt es dazu auch passende tattoos und hier einen passenden mund weil das ist cool das gefällt mir hoffentlich gibt es da mehr von hoffentlich nicht schlecht ist aber hier leuchtstab kragen in silber ja marienkäferbrille ja ja weil das habe ich schon in normal und holz gestellt auch cool für die sonnenblume sehr gut ihr merkt sich ärgere mich ein bisschen weil ich weiß auch nicht warum ich dieses zeug dann direkt in silber kriege ich habe das normal und kriegt das dann auch in silber ich werde ich kriege das gleich auch noch in silber oder das hier oder das hier kriege ich bestimmt gleich noch in silber anstatt ich erst mal normales zeug kriege um das eigentlich mal aufzufüllen nein ich kriege direkt silber finde ich ein bisschen schade weil dann man hat ja das aussehen quasi schon dann kriegt man es normal in silber ist ja naja okay gut egal wunderschönes päckchen voller großartiger dinge oh das ist ganz schön anstrengend hier dieses pack opening muss ich schon sagen das haben wir hier konfetti atom atomisierer für den chemiker sehr sehr nett gefällt mir auf jeden fall das ist ein schönes wachendesign wahrscheinlich direkt auch gleich mal anziehen das haben wir hier krasser kiefer für den normalen oder für die fußsoldaten auch cool die gut binne in silber musste ich auf jeden fall haben weil die habe ich schon normal sehr gut dicht und spitz für die deadbeards sieht sehr cool aus der bad gefällt mir der sieht wirklich sehr gut aus ja helden iro in silber ja gut dass ich den schon in normal habe pill und zombie und dr heilsam perfekt sehr schön wieder jede menge einmal zombies das ist sehr gut so immer noch mal hier so ein ding ins kaufen das ist der hammer das ist der hammer besonders oh das wollte ich unbedingt haben leuchtbrains gold alter wollte ich unbedingt haben habe ich ja nur schon in silber normal aber okay den monster bad für den deadbeard finde ich sehr gut das haben wir ein bisschen auf der sprung sorry den zetech binne sehr gut ja das ist irgendwie soll so eine art schüssel sein oder sowas in der richtung ja okay gut akzeptiere ich ja hier die paddelsicht auch geil für den allstar sehr sehr gut ja und dat walros in gold sehr schön ja sehr gut wir bewegen uns nochmal hier wollen ja hier nicht nicht wieder rausfliegen so 300.000 münzen haben wir noch alles klar wir machen weiter hier mit dem pack opening so was können wir jetzt powersicht das ist cool das passt zum elektriker finde ich das ist sehr gut das ist nämlich für die ingenieure sehr sehr geil oh epische federn das ist nice das gefällt mir das sieht gut aus das ist nämlich für die rosen ein ziemlich geiles aussehbe ich finde auf jeden fall auch nicht gibt es dazu noch die passenden anderen sachen sehr sehr nice weil ich habe ja gehört die wollen im zweiten teil wirklich eher auf aufs hits gehen deswegen hoffe ich dafür dazu gibt es auch noch den anderen scheiß hoffentlich was haben wir hier den fernfahrer für den colonel korn ja sehr geil gefällt mir auf jeden fall ne mütze alter die werde ich bestimmt öfters mal tragen mit sicherheit was haben wir hier die quatschspinden in diamant sehr cool was in diamant sogar schon cool da gibt es also auch direkt das ist cool nicht schlecht süßkram klammern in silber auch nicht schlecht was haben wir hier noch baumantel zombies ja alles klar mal eins kein problem so gehen wir noch so ein pflanzenpäckchen kaufen ach schade was haben wir denn hier kennzeichen null mhm okay raff ich nicht ganz raff ich nicht ganz jetzt muss ich zugeben erklärt sich mir auch jetzt gerade nicht wirklich was ist denn das ist das hier nur dieses schwarze und was ist das hier muss ich mir gleich mal angucken was das sein soll egal äh die goldene kaktenstatue cool als hinteraufgegenstand gefällt mir zukunftsglotzer das ist cool das ist cool ich hoffe jetzt auch wieder dann direkt dass es dazu auch wieder den rest geben wird ne einen helm die anstiegigen kragen dazu und vielleicht noch ein tattoo dann sieht das bestimmt ganz cool aus na nice gefällt mir pak choy sehr gut pilzhäuse pilzgehäuse ich bin gut ja wir waren auch nicht schlecht und die kriegsbemalung auch cool nice macht so hat zumindest was von rambo finde ich sehr cool so gehen wir noch eins von den zombiepäckchen kaufen was haben wir hier oh sehr cool erstmal die ampelgucker sehr cool aber wieso ist denn eine ampel eine ampel hat doch noch grün wieso ist die denn zweimal rot und einmal äh zweimal gelb und einmal rot mhm egal äh was für den delphin kanone ah cool für den äh für den ähm meeresbelogen cool cool superstar für den superbrand sehr nice goldene schnurhaare äh dickes weh das sieht cool aus für die äh dingens hier sehr nice auf jeden fall ingenieure und ja einmal zombies sehr gut immer mehr davon bitte so ich denke mal ich werde mir wahrscheinlich jetzt eh gleich noch für die restlichen punkte gleich noch ein paar minion packs kaufen damit ich wieder mehr äh mehr minions habe so kommen uns noch ein paar ex-ordinäre packchen weil die waren auch ganz gut fand ich da waren auch mal ganz coole sachen jetzt drin haha cool erstmal hier generals auswahl und dann hier cool tigerfangzahn ey hoffentlich gibt es davon auch ein set ein richtiges mit löwenmähne vielleicht noch mit augen dazu und vielleicht noch mal mit mit tatzen oder sowas genau wie damals im ersten teil was du nämlich dieses katzen set gekriegt das hat mir unglaublich gut immer gefallen hoffentlich gibt es davon mehr das würde ich mir wirklich wünschen das wäre echt cool was haben wir hier den toasty für die fußsalaten na cool einfach mal die brote ins gesicht geschmiert auch geil herr offizier in silber ja einmal zombies und kürbiskraut sehr gut so mehr 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 wir brauchen mehr davon auf jeden fall weil die pechchen echt gut sind da ist eine menge kram drin und hey den orbitwürfel sehr cool ein legendärer gegenstand für die wissenschaftler cool mr freeze mal drei äh brummbiene okay ja gut ja oktober auch cool ja netter bart für die für die deadbeards finde ich sehr gut ja cool und angsthausenpilze sehr nice so weiter kaufen ja die pechchen gefallen mir die sind echt cool da ist echt eine menge zeug drin wie man sieht die lohnen sich finde ich auch am meisten irgendwie äh wirbelwellen für einen deadbeard ich weiß nur nicht welchen ich glaube das müsste der kanonen äh kanonendeadbeard glaube ich sein der mir nicht so gut gefällt glaube ich bin mir sicher sagen wir hier poolkneifer in silber auch cool ja nicht schlecht wie oft habe ich eigentlich schon cool gesagt ich glaube schon sehr oft oder kann das sein na egal begleiteentchen für die äh normalen fußfahrtarten ja net 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 fünfe harmonie das ist ein cooler bart auf jeden fall wieder cool das ist auch immer ein cooler bart auf jeden fall die heilblume auch nicht schlecht sehr sehr gut weiter 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 wir haben noch 144.000 Münzen die müssen noch weg oh da sehe ich was was mir gefällt auf jeden fall wow bambuswurm wow ich habe endlich mal bambuswurm gekriegt ist ja der shit sagen wir hier grünen diamant für den z3 anbussschützen nice nice fröhliche schneeflocken in silber sondern achterkugel das ist cool das gefällt mir achterkugel dann ist nämlich der schnapper ganz schwarz das ist geil und dr. alsam sehr sehr gut das gefällt mir das kann gerne so weiter gehen ich kriege eine echte menge zeug hier gerade echt geil ohne scheiß was haben wir denn hier ähm netzrückseite für den wie ist er jetzt nochmal ah ähm hockeystar hockeystar ja cool nein schon wieder cool nice nice weiche tacos für die für die schnapper cool pack choy nice nice stachelpunk in ja klebriger salat okay warum klebriger salat das ist doch blau achso wegen dem salat zwischen den 10 okay ja das ist natürlich geil das ist echt geil cool und bromandel zombies netz 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 boah ich muss mal hin machen wir sind hier schon so lange dran mit dem pack opening ist der obersteht ey wie lange es dauert eine münze eine milion münze auszugeben das ist der oberhammer was haben wir jetzt satellitenbot das ist das ist mega geil das finde ich geil ich liebe die satellitenbots die sind echt nämlich cool schräge pylonen für den pylonen imp auch cool wieder cool äh regenbogenbart für die äh für die zitrons naja okay was haben wir hier blumensprosse für die rose okay nicht schlecht ist okay ist auf jeden fall in ordnung und hier das ist cool schäbige ist wieder cool ist schäbige papierkrone das ist echt geil das gefällt mir auch nicht schlecht ja ich würde mir am liebsten auch wieder den hut wünschen aus dem ersten teil diesen 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 el capone hut für die erbsen aber ich glaube den wird es nicht mehr geben würde ich mal zippen so damit sind die letzten 100.000 angebrochen sauberst äh schalenschüttler für die zitrons eine geste nett nett blitzschilf auch geil ich liebe die blitzschilfs die sind nämlich ziemlich gut äh ölkleckse für die äh oder für den entsorgungsfachmann nice nice der fensterschmuck das ist eine geile brille die gefällt mir das ist mal eine geile brille für die für die wissenschaftler nice nice und eisenzelt boah Junge hier mal auf der skin einfach mal so ein stück eisen geballert ey mega nice i love it so weiter geht's wir holen noch eins davon oh was haben wir hier rot weiß gestreift für einen ich glaube das dürfte der normale äh der normale dingens sein glaube ich der normale ähm deadbeard auch geil äh gesichtsflügel das ist das ist geil das ist äh cool das ist cool für die für die äh ach schau jetzt hör mal das ist mir jetzt egal äh das haben wir cool für die ähm für die erbsen auf jeden Fall das ist echt cool auf jeden Fall picknick ja auch nicht schlecht für die superbrands und der babybot ach ist das süß für die fußerdaten ein schnuller ist das nicht süß so weiter geht's ähm ach komm weißt du was wir gehen jetzt nochmal eben einmal hier dick einkaufen würde ich sagen einmal für die für die zombies nochmal so ein ding in hier siehst du haben wir nämlich direkt hier die streichholzmo streichholzmo sie auf die nahe manchmal kommen ist da haben wir cool stachelschweinblaster sehr cool dann ist der ist doch stachelschwein in meiner anderen Farbe auch geil ja blundzombies und einmal zombies mal fünf sehr geil ja äh schockgestell auch cool für den für die allstars auch geil das gefällt mir auch ja cool ein schönes pack eigentlich ne ausgenommen ja ne so wobei ich hab jetzt eigentlich so viele mindestens gerichtet ich glaub ich geb die letzten punkte einfach doch so aus oder ja machen wir ne wir gehen uns nochmal eben drei vier packchen hiervon holen und dann noch ein äh minion packchen dann war es das dann haben wir nämlich eh keine kohle mehr ach guck mal hier geil pinker blitz für den ähm hier wie heißt der nochmal für den äh scooper soldier cool 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 gefällt mir fahrverlauf 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 für den äh maler auch nicht schlecht vertrauen aha wieso heißt das vertrauen wahrscheinlich weil es auf einem Auge ist wahrscheinlich ne ja gut okay partypompen pom pom tschuldigung pom pom das sind hier die von den chile dann glaube ich diese diese pommels oder wie die heißen explosiver wicht mal eins sehr gut der ist auch direkt weg wenn ihr den wenn ihr den beschwirst und ein angsthase pilz mal drei sehr sehr gut so jetzt noch zwei von denen hier zwei von denen noch und dann haben wir es nämlich geschafft dann haben wir nämlich keine münzen mehr dann haben wir eine Million Münzen ausgegeben ist das nicht geil äh leuchtprojektil für einen deadbeard charakter sehr geil jetzt haben wir hier robo großmaul gekriegt mal fünf sehr gut zahnprothese zupferinfektion auch nicht schlecht und mg abs so jetzt ziehen wir das tempo noch an den gehen wir holen na komm gib mir noch einmal legendären gegenstand das wäre richtig nice jetzt leider nicht äh schottenspanner für den ähm für den restingstar doppelte donuts für die sonnenblume xx01 für den wissenschaftler äh wedelgesicht für die zitrons und einmal zombies und erbsenwerfer sehr gut so noch einmal in dem pack und dann war es das dann haben wir nämlich keine punkte mehr sehr sehr schön ja nice one so leute dann haben wir es geschafft wir haben eine million münzen ausgegeben das war sehr anstrengend muss ich zugeben ich habe jetzt 40 minuten am schluck aufgenommen echt übel das ganze muss man echt sagen also eine million münzen aufsgeben mache ich auf jeden Fall glaube ich nicht noch einmal wenn dann zwei millionen würde ich sagen ja ok ich bedanke mich fürs zuschauen wir sind im nächsten pack opening wieder macht es gut bis dann dann schau schau ru sì schau Bis zum nächsten Mal.